und wir sind immer noch in meiner wohnung so, Oven ist ausgebrannt, Eisen habe ich auch mittlerweile so, jetzt pack ich mal meine Stacks nicht weg das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht erstmal all meine Werkzeuge und bis auf die Fackeln bis auf Fackeln und Fleisch pack ich nichts mehr weg und ja, ihr seht schon, da hinten geht die Sonne auf äh, ich stelle ihm nochmal das Tech-Tune-Pack ein auf den Blick könnt ihr mal mitsehen, was ich für Tech-Tune-Pack habe so, fertig, Einstellspieler so, ein bisschen unterbrochen worden oh, oh, oh ich wollte ja nicht das schöne Tori-Craft vernachlässigen ihr habt es schon gesehen, ich habe einige Tech-Tune-Packs mir geholt das eine ist aber nur ein Mod ähm, Melanie Mod aber irgendwie funktioniert er nicht oder man muss erstmal ein Haus gebaut haben keine Ahnung ähm, wenn ich ein Haus gefunden habe, was damit los ist äh, oder ob ich vielleicht eine andere Version brauche oder was weiß ich dann schreibe ich sofort und wisst ihr Bescheid ähm, da, da da mach ich jetzt einmal so wahrscheinlich, nochmal, ich werde mein Beutet da ranbauen Naja, das mach ich ein anderes Wort. Ähm... Ich mach erstmal eine Reihe hier. Ähm, ja, Leute. Toll, wenn's ein bisschen hinterher hängt. Das liegt daran, dass ich mehr Riss auf einmal mache. Ich nimm gerade auf und lade meinen schlechten Part hoch. Ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt gerade wie viele. Nein. Ich mach das jetzt immer mit den Massenproduzieren und meinen Parts. Weil ich finde, wenn ich den Massen aufnehme, ist es besser, als wenn ich damit hinterher hänge. So. Bittefass halt mir meine Schusslichkeit, wenn ich hier beim Bau, äh, ab und an mal schief haue. So. Gleich wechseln. Wechseln. Na, das wird dann noch was. Oh, was würde ich geben für ein bisschen mehr Sonne und weniger Regen. Hm. Sehr viel würde ich dafür geben, ha. Na. Hallo. So. Entschuldigung, wenn ich mich ein bisschen sehr leise anhöre. Oder sehr laut. Soll ich den lassen? Ich weiß nicht. Ne. Das versperrt mir ja die Aussicht, wenn ich links und rechts gucken muss. Ihr seht schon, so viele Blöcke, wie ich geholt habe, das reicht ja locker für einmal so ein kurzes Stück Brücke. Ähm, übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich doppelt mache und nicht nur einfach ein. Ähm, ich werde wahrscheinlich ein Minecart für hin und zurück, weil das kommt mir auch schneller vor. Aber erstmal muss ich, ach ja, ich hab ja Eisen, aber erstmal muss ich sowieso erstmal genügend Material haben von allem. Und erst reicht erstmal ein Bett. Ein Bett wäre mir recht. Ich würde euch ja einfach mal auf irgendein Account von meinen Kumpels mal zeigen, wie Wolle aussieht und wie ein Bett aussieht. Aber, ah. Das heißt, bei Tory Croft sieht das bisschen witzig aus. Hab ich euch das schon eigentlich gesagt? Ja, hab ich schon. Wenn er eine Rüstung an hat, sieht er witzig aus, finde ich. So, äh. Boah. Sorry Leute, aber ich muss hier echt grad. So, meine letzte Erde. Falls ihr dachtet, das hier wird eine längere Reise. Sorry, wenn ich euch enttäusche. Dann werde ich grad nur mal aufnehmen, solange bis ich Brücke... Ah. Solange bis ich Brücke ein Stück hab. Da bälscht von draußen hinein, hier rein. Pupp. Tat ein bisschen weh. Hauptsache ich kriege mal einen Stein zurück. Ah. Stein nicht. Falsch. Dört. Erde. Wir haben mal Dreck. Ich muss ja auch nicht so dicht an den Rand gehen. Leute, das war jetzt echt ziemlich knapp. Falls ihr euch erschreckt haben solltet, habe ich auch. Ich dachte jetzt, äh, was ist jetzt los? Hä? Ich hab doch immer die Taste verschalten. Nein, ich hab die Taste vergessen. Festschalten. Die, ähm, klemm ich mal an die Wand-Taste. Hm, irgendwie sieht das noch nicht so gleichmäßig aus. Hallo? So. 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 Äh. Der Boden von meinem Haus geht auch da auf der Höhe. Also. Sorry, wenn ich das ein bisschen jetzt kurz umarbeite. Aber ich will das dann schon souverän aussehen lassen. Guck mal, hier funktioniert das, ne? Dieses schnelle Bauen. So. Wollen wir schon hier eben das Blöcke abwiegen. Mal wieder. Sorry für das nervige hin und her. Jetzt habe ich 40 Blöcke. Ich weiß nicht, wie viel ich gerade verbaut habe. Ist auch wurscht. Ähm. Oh. Wird schon grün der Boden. Na, Hauptsache. Hauptsache es wächst. Jetzt. Na ja, der Joshua will sich an den Randbäumen hinstellen. Und dann wachsen die auch. Und dann. Ach, Quatsch. Aber ja, immer nur wieder runter. Uäh. Übrigens hatte ich mich jetzt mal hier. bisschen geduckt. Ich weiß nicht. Oh. Na dann. Leute. Äh. Video werde ich wahrscheinlich. Ähm. Auch. Nicht ganz schön dafür. Und ich werde wahrscheinlich ähm. mehrere. Zwischenscreens. das machen. Und dann euch das zeigen. Aber. Jetzt ist erstmal die Brücke weitgehend. Bis dahin fertig. So. Eins. Zwei. Drei. Plopp. Drei. Eins. Zwei. Hallo. Hallo. Geht doch. Zwei. 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 Eins. Zwei. Drei. Zwei. Oh. Hoppla. Zwei. Drei. Sorry wenn ich so nebenbei mal erzähle, aber ich will nur noch mal sicher gehen, dass es hier auch ganz ordentlich aussieht. Das wird nämlich meine Hauptverbindung zu den nächsten paar Enseln, die ich dann finden werden. Sorry wenn ich so komisch sprach. So dann gehe ich in mein Haus wieder rein und mache dann hier einen Schnitt. Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal.